Ist jemand müde? Hallo zusammen und willkommen auf dem wunderschönen Stockhorn. Wir machen heute die allererste Familienwanderung. Mal schauen, wie das geht. Die Kleine hier hinten ist nämlich schon recht müde. Ich hoffe, sie füssen doch alle ein. Wir sind gespannt, wie es geht. Let's go! Die Kleine sind jetzt mit 5.000 Euro, die die Rechte aufbauen. Hier ist einfach ein Büchel und die Steine! Sie machen am nächsten Mal. Sollte Dachdesküren. Kamala und Haare haben sich die Überraschungen. Was ist der Service? So, herzlich willkommen in Stockholm, kurz ein paar Informationen für diejenigen, die hier noch nie besuchen sind, dass ihr etwa wisst, wieder auf diesen Berg besuchen könnt. Sie haben es vorhin gerade gelesen, es sei der schönste Berg in der Schweiz, der hier sitzt. Der Berg steht zwar bei jedem, aber ihr könnt den Ort auch selber machen. Jetzt mit dem Gondeli hier fahren wir bis in die Mittelstation. Dort ist der Umstieg. Für die, die ganz oben gehen, ist ein kleiner Gondeli. Ja, geht gut die Hälfte von euch, aber es ist kein Problem. Für die andere Hälfte haben wir noch andere Wagen gebraucht. Jetzt wünsche ich euch hier oben einen schönen Tag und geniessen. Also, sobald es ein bisschen nervt, das ist eigentlich nur ein dünn Berg, das ist kein Problem. Dann können wir den Portenstock überlaufen und dann können wir mit der Trottinette ins Tag. Das ist ja schön. Let's see you close. 1 1 2 3 2 4 5 Vielen Dank. Vielen Dank. So herrlich. Und ja, ich würde sagen, das ist eine Herausforderung genug. Wobei bis jetzt können wir uns wirklich nicht beklagen. Sie ist wirklich gerade im Tiefschlaf. Gut. Nein, da ist es. Ja, da ist es. Ich habe noch einen. Ja, ein bisschen tiefer dürfen, aber... Ja, das ist ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen älter. Ich habe es nicht so gut ausgerüstet. Ich würde sagen, das merken wir auch noch, wie so die Altersspanien schon den Wanderweg machen kann. Also für Familie ist es eigentlich nichts. Also für Kinder. Ja. 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 Weil es für alle ist, glaube ich, schon zu gefährlich. Aber... Sie sind ja auch drei Zeichner und darum... Ich habe mir gedacht, wir probieren es mal. Genau. Und sobald sie läuft, machen wir so einen Wanderweg. Definitiv. Nein. Nein. Da gibt es dann für uns zeitlich keine Wanderung mehr. Dieser Mann wird so gut ausgerüstet. Das ist dann für uns zeitlich eine Wanderung. Das macht so weit ausgerüstet. Der Mann wird so weit ausgerüstet. Ohren dieses Wanderungsleben mit einer Wanderung zu nehmen. Ich mache es gerne meine Wanderung. Das ist toll. Nicht nur eine Wanderung wird. Das ist ein Vorbereitungsgericht. Wir sehen uns, wie ich kissen. Das ist der Kunde. Wie sieht Psychlos aus. Musik 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 Das ist der Blasch. Das war's. Toedels! Das ist so cool. Ist das recht? Ist das ein Blasch? Ist das so cool? Nein! Ja, das ist gut. Ich wusste nicht. Das ist so cool. Was ist das? Das ist eine lässige Wanderung. So, ich habe das Gräbste einmal geschafft. Das war jetzt etwas. Ja, Selle hat das super gemacht. Wir natürlich auch. Und wir wissen jetzt also, der Weg hier, einmal von oben nach oben, den lässt sich machen. Ab 0 Jahre, bis 80 Jahre. Der andere hier, der älter Mann, der ist vor drei Monaten... Nein, der ist 80 geworden und hat vor drei Monaten das Knie operiert. Aber ja, die hatten schon ein wenig zu kämpfen. Also ohne Stöcke. Also das würde ich sicher allen empfehlen. Unbedingt Wanderstöcke mitnehmen. Sind Gold wert. Weil ja, so ist es schon teilweise etwas kriminell. Das ist natürlich eine kleine Wanderung. Ich habe es schon ganz schön. Ja, ich habe es schon. Ja, ich habe es schon. Ja, ich habe es schon. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ich bin eine kleine Wanderung. Ja, ich habe es schon. So, dann haben wir uns jetzt verdient. Oh, das Geräusch, das Beste. Cheers! Geht's? Ja. Ist doch noch schwer, oder? Ja, es ist auch anders. Aber es ist nicht unbedingt so schwer. Ja, und es ist schön leicht. Ja, in diesem Fall noch Wasser und noch mehr essen. Ja, das stimmt. Und natürlich hat jetzt auch Tella mehr gegessen. Die ist jetzt auch schwerer geworden. So, komm. Dann noch die letzte Etappe. Das Wanderschild meint eine halbe Stunde. Aber wir haben ja vorher auch schon wahrscheinlich doppelt so lange wie angegeben. Darum würde ich sagen, eine gemütliche Stunde, bis wir wieder bei der Mittelstation sind. Und ja, ich genieße es jetzt mal, da ein bisschen mehr Umdellen beim Wanderer zuzuschauen. Ja. 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 Jetzt fährst du erst den Rucksack und wir kommen zu einem Spiegel, wo du schauen kannst. Einen Rückspiegel, oder? Jetzt mögen wir, ob alles in Ordnung ist da hinten. Ja. Alles Paletti. Alles Paletti. Also, let's go. Das war exploring. Gotta dich hin. Ja. Wie bist du hier? microbiome versesline. Tschö! Ja, ich bin so da. Schade Champions precautions her qui sind die Gaperäume. Porno zu ihm und die Grenzen. Ja, ich bin so wunderbar. Aber wir bekommen diese Rucksack. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020